Und damit, yo Leute was geht ab jetzt zu kommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, wir geben uns jetzt das Video, was gerade offiziell in der Premiere drin ist, von Lian. Und da geben wir uns jetzt das offizielle Musikvideo zu seinem neuen Song. Alles was du sagst, schreiben wir hier rein, für den Algorithmus natürlich, ich bin böse. Wir starten rein, Lian, alles was du sagst, produziert von Barry, gehe ich mal davon aus. Und, so wie es aussieht, ein Pop-Punk. Let's go, ich bin Hype, let's go. Und vielleicht bin ich ein Arsch, du hast mich so sad. Hab 10 Pellen in meinem Magen und ich fuck dich ab. Shorty caught mich jeden Abend, doch ich geh nicht so. Alles was du sagst, fuck mich nur ab. Und vielleicht bin ich ein Arsch, du hast mich so sad. Hab 10 Pellen in meinem Magen und ich fuck dich ab. Shorty caught mich jeden Abend, doch ich geh nicht so. Jedes Wort, das du sagst. Die jacket ist fresh. Die jacket ist fresh, dude. All up, man. Auf diese jacket. Das klang gerade sehr schön, warte mal. Das Wort, das du sagst. Du zieht nur an mir vorbei. Lass dich reden, du bist wütend, aber ich grad viel zu high. Shorty ist fucked ab, ich mach turn up. Tut mir leid, ich bin gestört. Fucked up, turn up. Gestört, schürzt. Hey, dick. Brett, das ist jetzt schon ein Brett, digger. Die Tracks haben mich verstanden, als mich keiner gehört hat. Du hast gelogen wie ne Queen. Sag, wie oft hab ich verziehen. Lieben in den Ozean, verstand das deinen Tropfen von Liebe. So, du fuckst mich so ab. Jeden Tag schreibst du, ich leb dich, doch wo warst du letzte Nacht bei einem anderen Spaß. Alles, was du sagst, fuck mich nur ab. Und vielleicht bin ich ein Arsch, du hast mich so satt. Hab zehn Pillen in meinem Magen und ich fuck das ab. Shorty, kommt mich jeden Abend, doch ich geh nicht rein. Alles, was du sagst, fuck mich nur ab. Und vielleicht bin ich ein Arsch, du hast mich so satt. Hab zehn Pillen in meinem Magen und ich fuck das ab. Shorty, kommt mich jeden Abend, doch ich geh nicht rein. Ey, sehr geiles Teil Sehr geiles Teil, warte mal, ich muss mir den nochmal geben, warte mal Ich muss mir den mal von Anfang an richtig geben, weil ich hab glaube ich irgendwo mittendrin schon Also irgendwo am Anfang schon im Laufe gestartet Ja, guck mal, hier geht's nämlich schon los Stimmlage Absolut nice, kommt brutal gut zusammen auch mit diesem Punk-Pop-Beat Kommt die Stimmlage sehr, sehr krass rüber Ähm Gefällt mir Gibt mir so leichte Vibes von Ja, nicht Arkaya, sondern eher so Richtung Angel Pain Tatsächlich Hab ich da jetzt so eher die Vibes Auch von der Stimmlage her Aber das klingt schon geil Zusammen mit dem Beat vor allen Dingen Absolut, absolutes Brett Das ist auch immer noch so eine geile Line, Digga Okay, sorry Warum bin ich da nicht? Ah, ich bin zu high Shawty is fucked up Ich mach turn up Tut mir leid, ich bin gestört Ich bin in die Trap Ah, jetzt Was ist das? Shawty is fucked up Ich mach turn up Tut mir leid, ich bin gestört Ja, ey Diese Reim Naja, nicht Na, wobei, ist das eine Reimkette? Ich glaube nicht ganz, ne Ich glaube eine Reimkette ist, wenn dann auf Viermal Also viermal Auf irgendwie dasselbe Ende oder so Glaube ich Ich hab keine Ahnung Aber es klingt geil Es klingt geil Wenn die Trucks haben mich verstanden Als mich keiner gehört hat Du hast gelogen wie ne Queen Sag wie oft hab ich verziehen Lieber nen Ozean verstand Das Oh, dieser Dieser Äh Stimmwechsel einfach Ich muss das nochmal hören Gebt euch mal Oder achtet mal genau darauf Wie geil Das klingt Wenn er von dieser hohen Stimme In diese tiefe Stimme reingeht Wieder Du hast gelogen wie ne Queen Sag wie oft hab ich verziehen Lieber nen Ozean verstand Das deinen Tropfen von Liebe Digger Absolutes Brett, Digger Absolutes Brett Kann man nichts anderes zu sagen Und dann wieder hoch In die hohe Stimme Geist Das klingt geil Alles was du sagst Fuck mir ist nur ab Und vielleicht bin ich ein Arsch Du hast mich so satt Hab 10 Pillen in meinem Magen Und ich fuckte es ab Schau die Kost- Ich kann mich jeden Abend Doch ich geh'n es Alles was du sagst Fuck mir ist nur ab Und vielleicht bin ich ein Arsch Du hast mich so satt Hab 10 Pillen in meinem Magen Und ich fuckte es ab Schau die Kost- Ich kann mich jeden Abend Doch ich geh'n es Geiles Teil Geiles Ding Geiles Ding Geiles Ding Geiles Ding Ah hier sieht man sogar alles nochmal Also Kamera Insomnia Pictures Okay keine Ahnung Hab ich noch nie gehört tatsächlich Video Cut und Edit ist von Benzo Die Reproduction Mixer Master ist von Mariko 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 Ich schätze mal sowas ausgefahren Er Die Keine Ahnung Und das Und der Beat ist Von Barry Oder Barré Wobei Barré kommt eher ne In diesem Ja ich sag jetzt mal französischem E Ist das ein französisches E Ding Ist das nur in Frankreich eigentlich Mit dem E und dem Licht da drüber Keine Ahnung Ähm Ja man Alles was du sagst Stream Link Den Link Habt ihr wahrscheinlich schon Wenn Dieses Video hier online kommt Dann steht der auch unten In der Videobeschreibung Und Ja man Leute Spaß Das war alles was du sagst Von Lian Ich bin gespannt was da so noch Kommt in den Nächsten Wochen Kommt auf jeden Fall die Mucke zu hören Es kommen auch noch zwei Reactions Zu Lian online Die muss ich aber erst noch aufnehmen Zu dem Aktuellen Zeitpunkt Und ja Würde ich sagen Haut rein bis zum nächsten Mal Schaut in die Videobeschreibung Da ist alles der Link Und ja Bis zum nächsten Mal Bis dann Tschüssi Bis dann Bis dann Untertitelung des ZDF, 2020